Die sich hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Juli 2014 bezugsfrei. Die sanierte Dachgeschosswohnung befindet sich in Leverkusen-Wiesdorf. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 78 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 759 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.